Jo Leute, was geht ab? Hier ist der Lenz, heute wieder mit einem kleinen Gameplay für euch. Und zwar heute mit einem weiteren Easter Egg auf der Eisendrache. Und zwar wie ihr hier in diesem Raum so eine Art Disco-Effekt einschalten könnt. Und zwar hat das mit diesen Weltkugeln hier zu tun. Die Erde und die Rakete und den Mond. Ihr könnt sehen, die kreisen hier rum und wenn man die anschießt, bleiben die stehen. Und ja, wenn man die aber in einer Reihe anschießt, wie ihr das gleich sehen werdet, dann geht die Party ab. Und zwar könnt ihr das so oft hintereinander machen, wie ihr wollt, ob das mit irgendeinem Easter Egg zu tun hat oder nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, macht einfach nach, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist ziemlich witzig und ich lasse euch noch ein bisschen reinhören. Jo, bis zum nächsten Mal. Euer Lenz. Wiederschau. Jo, bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal.